Es sind noch ein paar mehr. Es sind noch sechs Stück. Kann ich die schweren Infanterieeinheiten? Gut, die sind gepanzert. Vielleicht kommt dann der Schocker einfach nicht durch. Gewagter Schuss. Aber ein richtig gewagter Schuss. Das ist ein Laptop. Wir können uns da mal weiterhangeln. Einfach mal hier hoch. Will er nicht hier hoch? Nein, hier nicht. Nein, hoch hier. Mäh. Mies. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Der guckt jetzt genau hier hin. Hat der gerade schon gemacht. Ich habe nur eine Chance. Ich müsste Puck, Puck, Puck machen. Oh, das blendet auch so nett. Täubungswaffen-Knockouts. Das ist voll die Sniper, das Ding. Man muss ungefähr nur ein kleines bisschen höher zielen. Der Typ hat den gesehen. Renn da mal hin. Ich weiß, dass du da hin rennst. Oh, hol bitte keine Verstärkung. Doch, der rennt da hin. Der ist blöd. Sag doch, der ist blöd. So geil. Macht es mir so viel leichter. Für verbleibende Gegner. Okay, ich muss zu dem Laptop kommen. Gibt Asche, Asche, Asche. Noch zwei Schüsse. Keine Ersatzmagazine mehr. Der sieht mir gepanzert aus. Ich weiß nicht so richtig. Ganz schnell das Licht ausknipsen. Hier verstecken sich die meisten also noch. Nur ein Problem auch. Er kommt gleich zurück. Dann kriegt er eine. Aber diese Kills um die Ecke machen das Spiel so viel leichter. Das ist Wahnsinn. Komm, komm. Put, 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 put. Kommt doch nicht von hinten oder so ein Bullshit. Du musst da jetzt stehen. Wer hat das Licht ausgemacht? Das war doch nicht etwa ich. Ist noch einer. Oh, schieß doch. Schieß doch. Nein. Oh, ich gehe kaputt. Ein kleiner Fehler. Okay.